Die siebte Kiwanis Kart Trophy steht in den Startlöchern. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause dröhnen am 21. Mai wieder die Kart-Boliden in der Zehner-Kaserne Ried. Was 2014 aus einer Idee heraus entstand, ist heute das Motorsport-Event im Innenviertel. Der damalige Präsident ist sehr motorsportaffin und wollte halt mal ein bisschen was anderes machen als ein Konzert oder ein Kabarettabend. Und dann haben wir halt mit sehr viel Engagement das erste Mal auf die Füße gestellt und das ist halt jetzt mittlerweile schon fast traditionell. Die Kart Trophy ist speziell für Vereine und Firmen. Pro Team dürfen nur fünf Fahrer, darunter mindestens eine Frau, an den Start gehen. Los geht die Veranstaltung bereits um 8 Uhr mit der Registrierung und der Sicherheitsunterweisung. Wir beginnen am Vormittag mit Trainings, am Nachmittag dann Qualifying für ein einstündiges, abschließendes Rennen. Es werden in Gruppen zu maximal zehn Karts die Heats ausgetragen und am Ende dann halt für jede Gruppe der jeweilige Sieger ermittelt. Der beste Ansporn für Fahrer und Teams sind natürlich die Fans. Die Kiwanans Kart Trophy ist eine offene Veranstaltung für alle Motorsportbegeisterten in Ried und Umgebung. Es ist bei freiem Eintritt und wir hoffen natürlich auf zahlreiche Benzinbrüder und Schwestern, die unsere Teams entsprechend auch anfeuern und ihren Spaß haben. Am gesamten Renntag ist wieder für beste Kulinarik gesorgt. Und es gibt nebenbei auch Vorführungen unserer Gastgeber, der 10er Kaserne, dem Bundesheer. Natürlich ist die Hauptadaktion die Rennstrecke und dort wird entsprechende spannende Unterhaltung geboten. Der Erlös der Veranstaltung kommt auch heuer wieder karitativen Zwecken zugute. In der Region, überall dort, wo der Staat oder andere Hilfsorganisationen schwerfällig oder zu spät reagieren und helfen können. Wir hoffen natürlich mit dieser Veranstaltung wieder sehr viele finanzielle Mittel generieren zu können, um unsere Projekte im nächsten Jahr dann zu bedienen. Für Schnellentschlossene sind noch einige Startplätze frei. Anmeldungen sind noch für kurze Zeit möglich. Also trau dich und trete gegen den Titelverteidiger HT1 an und match with the best am 21. Mai in der 10er Kaserne Ried.